hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder nach dem ticket und heute habe ich das spiel king of avalon ich will das spiel mal starten voll mit drei machen dann kurz ein bisschen warten und dann muss ja auch gleich die musik ausmachen genau diese musik und weil sonst gibt es wieder eine verwarnung fähigkeit hier ist das glaube ich einstellung da ist einstellung musik aus ich spiele jetzt eine ganz schnelle runde ich probiere nur die zehn minuten zu spielen weil ich muss gleich mal wieder los zur arbeit so und dann müssen wir mal gucken auf jeder knopf finde ich na ja egal erst mal was über questbuch täglich ja einmal ein gebäude verbessern das wird gemacht warum blicken meine helden denn noch 9 11 7 10 bestätigend allianz forschung ach so gut ich darf nicht aber darf ich was spenden 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 darf ich 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 da geht ja auch noch spenden können gut aber aber schon gemacht deswegen egal war jetzt nachrichten ok die zwei noch mal extra klicken ich brauche 3000 holz ich glaube ich brauche holz sieht schon viel besser aus 30 beschwörungen ok war nur eine beschwörung hier der der brauch level 14 ausbildung ausbildung nochmal ausbildung und nochmal ausbildung das kann ich verbessern so viel holz habe ich gar nicht dann vielleicht auch nicht schaue mal weiter vielleicht könnte ich ja holz verbessern so machen wir das das schaffe ich nicht aber wir schauen mal so ok ok in dem weg gehen wir schon mal nicht lang ach es geht nur der weg ich schaff den boss nicht ich die minions sind hier leicht aber ist der gerade aus dem boss oder links nein der war links ich ich krieg den doch noch hier wohl perfekt jetzt noch nach thruhen suchen ich habe die runde geschafft ich bin weiter ich bin weiter jupi und die letzte truhe fertig ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das war alles eigentlich da die kiste wieder chain so dann schauen wir mal nach den bonn da ist ein roter einsammeln einsammeln hier oben am geschenk einsammeln einfordern einfordern ich muss 1,20 sein ok nein da war ich doch gerade ähm ok auch nicht das gegenstände da 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 verwende um gegenstände für ok geht noch nicht nachricht mitmachen ja gut schauen wie lange spielen wir schon ich glaube ich muss noch eine minute spielen ich sage mal bis der vorbei ist dann bin ich fertig kann ich auch nichts machen gut 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 gehen wir mal kurz in der wildnis und holen einmal in nahrung den da besetzen mit 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 zurück so basis ist mein königreich vip 4 bin ich ab 17 ok da muss ich mal sagen das war es für heute wie gesagt ganz schnell ohne ticke noch abholen ich würde mich freuen wenn ihr bei seid bis dann wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen